Herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Bonus-Folge zu Need for Speed Underground 2. Wir haben dieses Spiel jetzt komplett durchgespielt. Das ist hier unser getuneter 206er, dem wir das ganze Spiel durchgefahren sind. Jo, so, ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Explorer-Mode. Das ist aber nicht unsere Garage, das ist... Jetzt bin ich gerade, ich habe das letzte Video nicht gesehen. Kann auch sein, dass ich jetzt hierhin gefahren bin, den Golf zu kaufen. Ich weiß es jetzt nicht mehr, ist zwar schon zwei Tage her, aber ich habe zwischendurch noch Most Wanted angetestet, dann noch Hot Purse U2, dann noch E-T-Wheels-of-Steel weitergemacht und noch andere Sachen getestet, die wir demnächst mal jetzt playen werden, und auch einige Sachen weitergetrieben. Ich habe gedacht, wir werden an der Garage, aber da habe ich mich fährt. Dachte aber, egal, wartet mal, ich wollte was... Wo wir gerade hier sind, ich wollte zum... Spezialteile-Shop, weil ich glaube, wir haben im Let's Play noch nicht unser... Wir haben noch gar keine Neon-Beleuchtung im Motorraum. Ja, danke, Anke! Dazu müsste ich dich, ähm... Warte mal, der will doch, warte mal. Das war eine Herausforderung zum Out-One. Ja, ihr seht schon, hier in der Stadt... Der nimmt auch alles mit, wa? Was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Komm, 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 jetzt will ich mal... Moment, 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 geht das mit dem Bug schon wieder los? Der steht doch hier. Wo will der hin? Da hat das Programm nicht mitbekommen, dass ich an dem vorbeigefahren bin. Und da steht er schon wieder. Ja, und du gehst auch ganz komisch ab. Du stehst einfach nur an der Mauer. Sehr interessantes Dauerzucken. Von den Blitzen her, wie gesagt. Wie gesagt, wir sind ja auch teilweise auch hier, um uns ein paar Dinge anzugucken. So, aber... Ich wollte ja in die Ansicht zurückgehen. So, ich wollte eigentlich... Zum... Da ist ja der Spezialteile-Shop. Ja, wie gesagt, momentan spiele ich ein bisschen Most Wanted. Da habe ich auch einen kleinen Dead-Show daraus zugemacht. Wo ich euch zeige, wie weit ich gerade bin. So, wir gehen mal hier rein. Ich meine, wir hätten... ...noch keinen Motorraum. Neon. Ja, siehste. Das haben wir doch gar nicht gemacht. Was ist passend hierzu? Blau. Passend zum Unterboden. Obwohl da mal grün drin. Wartet mal eben. Dann habe ich da eine andere Idee. Dann werden wir... Kostet das jetzt nach dem Spiel noch Geld? Fragezeichen. Da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Dann machen wir hier auch hier... Grün pulsierend. Blau. So. Hier ist schon kein Geld zu kosten. Koffer rumnähen. Oder es wird einfach rausgetauscht. Autoglas-Folien. Ich meine, da war jetzt hier... Violett. Perlorange. Korallfarben. Perlblau. Serien. Hellschwarz. Dunkelschwarz. Jetzt können wir ein bisschen umtunen. Na komm, Blaulicht ist schon schön. Und wir sind im ganzen Spiel noch nicht... Ah, wir können auch die Hydraulik wechseln. Stufe 3 Hydraulik. Das haben wir auch bisher noch nie gemacht. Im ganzen Spiel. Geteilte Hauben haben wir auch nicht genommen. Weil ich wollte unsere... Jetzt lassen wir so geteilte Hauben. Brauche ich nicht. Komm, zeig mal die Schere. So. Wie gesagt, noch ein bisschen Bonus dazu. Das ist mir so aufgefallen, nachdem ich das letzte Video geguckt habe. Dass wir... Aber wie hüpfe ich denn? Das haben wir im ganzen Video noch nicht gemacht. Warte mal. Nee. Ich drücke mal jetzt irgendeine Taste. Also wenn wir gleich... Ach wohl, wartet mal eben. Ich bin doof. Nee, F1 ist bei Etimals of Steel. Wartet mal eben. Option. 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 Kamera weit. Die war die ganze Zeit aus. Okay. Naja, können wir ja sowieso... Auch nicht schlecht. Bin die ganze Zeit ohne gefahren. Wo drücke ich denn jetzt hier irgendwas? Das ist mal eben... Kuh. B ist zurück. M ist die Karte. A ist... Oder geht das nur, wenn ich gerade ausfahre? Das war die Air-Taste gewesen. Spielfall auf 66%. So, das haben wir gemacht. Gesamtsiege, Gefahrenrennen. 169. Prämien gewonnen. Gewonnene Zeitschriftentitel. Okay, 19. Das war der eine Stern, wo wir nicht rangekommen sind. Da ich den ja im letzten Letztplay gemacht habe, hab ich mir gedacht, komm, scheiß drauf. Durchschnitt pro Rennen. Versteckte Shops haben wir alle. Freigeschaltet alles. Moment, ich will noch was gucken. Optische Bewertung. Kann man da irgendwie... Nee. Ich drück mir jetzt eben alle Tasten durch. Nee, da tut sich nix. Aha, mit K kannst du auch zurückgucken. Irgendwie stehen die Reifen da ein bisschen quer. Okay. Das Nitro-Schuh. Okay. Jetzt drück ich gerade auf Bild nach oben, auf Einfügen, auf Entfernen. Bild hoch, Bild runter. Sag mal, die muss doch irgendwann mal angehen. Ich weiß, ich hatte es irgendwann mal geschafft gehabt, hat es spätestens die Handbremse. Warte, wir gehen mal kurz zur Garage. Ich muss mal irgendwie die Steuerung angucken. So, das interessiert mich jetzt mal. Sag mal, die Steuerung eben. Nitro-Rennen-Weltkarte. Tabulator oder F3-Tabulator geht auch. Okay. Karriere-Statistik T- oder F4-Wagen zurücksetzen. Hydraulik ausfahren H. Okay. Gucken wir mal eben. Und? Ah. Ah. H drücken und dann kann man... Ah. Auch nicht schlecht. Und J. Gucken wir mal. Ist nicht wahr. Wow. Geil, oh Mart. Da hebt der kleine Abwärm. Füllt nie drauf. Geil. Irgendwie sind die Reifen ein wenig schräg, aber egal. Und was ich auch noch mit euch machen wollte. So, wir können uns auch, als ich festgestellt habe, wir können uns auch ein bisschen Geld verdienen. Was mich mal interessieren würde, also ich habe mal geguckt, es gibt hier Mods, die die Grafik ein bisschen aufbessern. Würde mich interessieren, ob es auch Mods gibt, die die Baustellen hier freischalten oder wegmachen. Weil für GTA 3 gab es ja auch sowas. Da gibt es ja auch was, auf mittleren Insel, wo halt diese Baustelle ist, wo halt die Häuser gebaut werden. Und da hat auch einer einen Mod gemacht damals, wo dann die Baustelle weg wollte, wo dann Häuser da standen. Das wäre jetzt schon geil. Bürger King. Ja, Need for Speed. In den Filmen. Ach, im Kino. Und ich glaube, ich war noch gelesen zu haben, es gibt wirklich einen Need for Speed-Film. Aber wie gesagt, schlagt mich. Für meine Unwissendheit. Oh, Bürger King. Mal ein bisschen Schleichwerbung hier machen. Naja, ich bin nicht so der Wopper-Fan, aber dafür ist ich gern diesen Long Chicken. Oder wenn ich schon bei Burger King bin, dann... Ich weiß gar nicht, gibt es den. Ich bin schon eben gar nicht da gewesen. Da gab es in diesen vegetarischen, ich glaube... Country King, oder wie hieß der? Country King, Country King. Casino. Royal. Wenn man jetzt genau mal zum Himmel hinguckt, hier nach oben, sieht man nur eine Überdachung und viel Beleuchtung. Oh, Alter, sieht geil aus. Habe ich mir nie so angeguckt. Wenn man so lang fährt, dann rast man ja richtig durch. Und ich würde sagen, wir packen auch mal einen Serienwagen aus. Ja, komm, mal ein bisschen Nitro raushauen. Ja, wir sind der King der Stadt. Wir haben es im letzten Teil geschafft. Caleb hat nach seiner Lage das Land verlassen. Aus Bibio geflüchtet. Und wir flüchten mal kurz zur Garage. Und hier könnte man theoretisch auch geradeaus durchfahren, weil wegen, wenn man hier... Hier ist eine Baustelle. Und wenn ich auf der anderen Seite fahre, dann ist da die andere Baustelle. Wäre egal, wenn das mal wirklich per Mod mal weggemacht wird. Es soll ja theoretisch in Underground 3 rauskommen. Ich habe da was von gehört. Das wäre egal, wenn man Baby wieder aufgreift und dann hier die Sachen, die Änderungen... ...hier einbaut, dass die Baustelle weg ist. Ich... Keine Ahnung. So, Baby reloaded sozusagen. Also, wie mir gefällt die Stadt. So, mal eben zur Garage brettern. Ja, wie gesagt, was mir jetzt hier wirklich fehlt, sind die Polizei. Die gibt es jetzt wieder in Most Wanted 2005 im Nachfolger. Die fehlt echt hier ein bisschen. So, mal gucken, was haben wir denn als an Wagen? Cadillac Escalade, ah ja, dieses Ding. Ja, und dann hier den kleinen, unseren Peugeot. Golf. So, das sind die, die wir uns geholt haben, aber nie gefahren sind, den GTI hier. Äh, GTI, sag ich schon. Den Audi. Ja, der macht schon Burnout. Das ist jetzt nur die Standard-Karosse. Und dann können wir gleich nur den Golf umsteigen. Und was ich mir auch gedacht habe, wo wir hier fertig sind, und wenn jeder mal... Den, nee, der macht ihn vorne. Also, was ich sagen wollte, ist, ich habe mir gedacht, wir können ja auch, ähm, da wir hier fertig sind, auch, ähm, Quick Voices machen, da kann man auch in den Explore-Mode gehen. Man kann sich ja am Anfang ein Auto zusammenstellen, tunen. Äh, ich würde sagen, wir gucken uns dann mal im Quick Voices-Mode die anderen Autos an. Die sind wir ja nie gefahren. Da ist jetzt die TT hier. Knapp vorbei ist auch daneben. Wir können ja mal... Hä, was will der denn? Komm, Eclipse. Komm, renn. Ich will ein Rennen gegen dich fahren. Alles klar, Herr Eclipse. Na ja. Ich mag dich nicht, ich mag dein Auto nicht und dein Style schon gar nicht. Ich werde dich nicht noch mal gewinnen lassen, klar? Tja, musst du aber. Ich bin der King der Straße hier. Ich bin der King von Bayview. Ich bin der König der Welt. Hm, falscher Film. Haha. Das war dann wohl Zenit for Iceberg. Mal gucken hier. Hier tummeln sich doch auch wieder irgendwelche Lappen rum. Da ist doch schon einer. Komm her. Give me some money. Also so kann man sich auch noch Geld... Aber interessant, dass ich jetzt hier mit dem Audi hier die ab... Ey, wie fahren die denn? Schon wieder ein Eclipse. Was wird das denn hier? Darf ich ein bisschen nachhelfen? Moment, das gucken wir uns mal an. Das ist ja... Wer gewinnt? Äh? Hehehe, geil. Hast du es jetzt? Okay. Gut, dann kündige mal an, wo du hin willst. Hehehe, Leute. Kann das sein, dass die Intelligenz nach dem Hauptspiel ausgebaut worden ist? Der parkt doch da einfach nur. Ich finde es schon komisch, dass ich verliere und du trotzdem so ein Loser bleibst. Moment. Oh, guck mal. Stroboskop-Effekt. Das Gewitter muss direkt über uns sein. Jetzt hat es aufgehört. Jetzt flackert es wieder. Wieso Loser? Ich habe das Spiel durch, Kollege. Hast du ähnliche Referenzen vorzuweisen? Ich habe das Spiel durch das Geile gewesen, als ich dann wusste, Wundet angefangen. Und dann im Unterschlupf war, dann... Komm. Deutsche Stürmer von Kevin James. Tritt mal aufs Gas. Also habe ich dich herausgefordert. Hehehe. Komm, du fährst auch, Tete. Komm. Ich glaube, die haben echt die Intelligenz ausgebaut, nachdem das Hauptspiel vorbei ist. Komm, ich warte auch extra auf dich. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob wir jetzt Geld gekriegt haben. Da stand da so wahrscheinlich. Ich müsste mir ein Video angucken. Komm, ich fahre sogar wegen dir noch ein paar Umwege. Komm. Ich fahre im dritten Gang. Komm mal her. Ach so, wir haben keinen Nuss. Hahaha. Egal. Da komm, wir fahren jetzt mal. Komm, rückwärtsgang. Ich warte sogar auf dich. Komm, 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 komm. Zeig mir mal, wo der Hammer hängt. Wie gesagt, wir können jetzt ein bisschen mit den Gegnern spielen. Klopf doch mal ganz lieb an. Wir können auch mal B drücken. Jetzt will ich mal das Feature hier benutzen. Was macht der da? Der parkt. Na, jetzt kommt er endlich. Was? Hör mal, ich fahre jetzt mal in die Garage rein. Trinkt gemütlich. Kaffee. Der hat doch getunten Wagen, oder? Ich habe keinen getunten Wagen und ich ziehe den trotzdem mit dem Täter. Guck mal, ich ziehe den. Ich zeig dir sogar, wo ich langfahre. Jetzt will ich nur zurückfahren, um dich zu holen. Hä? Was heißt gutes Rennen? Hör mal, wo bist denn du geblieben? Naja. Ich habe jetzt wirklich drauf geachtet. Ich war so verwirrt. Okay, ich packe gleich mal unseren 206er wieder aus. Nachdem wir jetzt ein bisschen Audi TT gefahren sind. Aber wie gesagt, selbst nachdem wir hier durch sind, macht mir das Spiel immer noch Bock und Spaß. Schon der TT. Digga, das ist hier kein Freizeitpark. Du musst da richtig Bock drauf haben. Ich habe ja Bock drauf. Komm, komm, komm. Gib mal Kette hier. Was macht gerade keinen Spaß, wegen der Intelligenz meiner Gegner. Oh, jetzt schiebt er mich auch noch an. Danke. So, möchtest du in den Heiz? Du willst in den Heiz? Komm, dann heizen wir. Ey, du hast ein getuntes Auto und fährst so lahmarschig. Boah, Digga, das war ein knappes Rennen. Das war kein knappes Rennen. Das war... Moment, jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Wir beamen uns mal kurz zur Garage und holen mal eben... Komm, den raus. Ist zwar vom Äußerlichen nicht getunt, aber dafür... Hat er genug PS unter der Haube? Wir haben auch einen Noss. So, aber ich möchte hier noch ein paar Sachen abändern. So. Den tun wir mal ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich alles damals hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich den gehabt habe. Ich würde ja den Outlaw bevorzugen. Das zieht wieder Geld ab, ne? Na, da würde ich den Valhalla nehmen. Hier auch. Ah, jetzt kommen unsere Hirschgeweihe. Da würde ich den nehmen. Nightmare. Wie gesagt, den rüsten wir nicht auf Carbon um. Da würde ich Sybil nehmen. Da den Double... Twister. Oh, der sieht doch heiß aus. Da würde ich den nehmen. Obwohl, warte mal eben. Den habe ich damals genommen gehabt. Den Geiser, glaube ich. Äh. Aber schon. Ist in Ordnung. Das Ding in Auspuff blenden. Die Rocker, die habe ich damals nicht gehabt, aber komm, machen wir. Da muss ich mich mal gerade ein bisschen durchgucken. Würde ich die nehmen? Hatten wir es zwar damals nicht gehabt, aber egal. Na, dann mache ich nicht. Carbon-Code-Flügverweiterung wird es freigeschaltet durch Outwands. Und die haben wir ja an unserem Dings dran. An unserem 206er. Und ich würde sagen, den lasse ich blau. So, wie gesagt, den hatten wir in Schwarz und in Carbon gehabt. Den lasse ich so. Den lasse ich so wie Nühl. Mal gucken. Da gucken wir mal. Da würde ich gerne... Das lassen. Moment. Das Einzige, was wir machen könnten... Ich würde aber trotzdem die Felgen rot haben. Das kommt daher, als ich einfach da selbstständig war. Wie gesagt, Lkw-Fahrer hatten wir ja in Volvo F10 gehabt. Und da waren die Felgen auch rot gewesen. Ich glaube, seitdem ist rot meine Lieblingsfarbe. Der war auch so blau mit roten Felgen. Rote Stoßstangen. Leider kann man die Stoßstangen hier nicht lackieren. Dann würde ich die Stoßstangen hier nur rot machen. Das können wir so lassen. Bremsen auch rot. Okay, er hat nicht alle... Er hat nicht alle... Kommen, Ausdruck auch rot. Also ein bisschen rot muss immer dabei sein. Hey, präsentiere deine Teile und ihren Hersteller mit Sponsoren aufklebern. Machen wir. Kommt Kenwood drauf. Weiß nicht wieso. Ich habe mal Kenwood drauf gehabt. Schon seit dem ersten Under-Round. Ne, hier mache ich jetzt nichts drauf. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, wäre ein Tuning-Shop. So. Den Rest lassen wir jetzt erstmal so. Können wir gucken. Spezialteile-Shop. Nicht unbedingt. Oh, bitte, bitte. Das ist ja wohl ein Witz mit diesem Schreithaufen. Was hast du gegen Bobby? So, einmal kurz im Kreis drehen. Und da ist Clotilde wieder. Das ist die Schwester von Rüdiger. Die haben wir in irgendeiner Folge Clotilde genannt. Aber so ziemlich kurz vorm Schluss. Hui. Na komm. Kommst du jetzt, oder? Wäre ich das Riesen-Fier auf meiner Windschutzscheibe gewesen, hätte ich gewonnen. Das Riesentier war ich. Ja, ja, ja. Moment, wir wollten jetzt zum Tuning-Shopping zumindest. Aber jetzt wollte ich den neuen Wagen demolieren. Ja, sehr schön. Hui, ui, ui, ein bisschen flippern mit anfassen. Ich wollte den Wagen nur von vorne sehen. Schaß, man die Kamera nicht rum bewegen kann. Boah, leckt die Kuh doch mal irgendwo dahin, wo keine Sonne wäre. Wächst. Ey, Sonne scheint. Sonne wächst. Ja, die ist klar. Wie, heute kein Verkehr hier? Ich wollte auch sagen, hier ist doch immer in der Ecke. Ist viel los. Die wollen alle zum Tuning-Shop hier. Da gibt's was umsonst. So, rein damit. Hey, nur langweilig. Hey, tauscht deine Serienteile gegen Nachriff-Pass aus, um deinem Wagen mehr Power einzuhaufen. Ändere die Steuerzeiten deines Motors. Echt? Nur Level 3? Oder 2? Hey, bau dir einen Sportgetriebe und eine... Mit einem Sportfahrwerk hast du bessere Kontrolle über... Nitro ist die Portion extra Power, die du abrufen kannst, wenn du mehr Speed brauchst. Hm, okay. Jetzt bin ich verwirrt. Oder kann man keine Teile mehr kaufen, nachdem das Spiel zu Ende ist? Wollen wir mal eben wieder Rüdiger einschalten? Ah, ihr seht schon, das Spiel macht mir noch Spaß. Hui. Schaut, dass man hier wirklich jetzt nicht gegen Polizei fahren kann. Das ist immer geil bei White City gewesen. Nachdem das Spiel zu Ende war, bin ich immer noch durch die Gegend gefahren und hab mich so ein bisschen mit den Cops angelegt. So ein bisschen auf Stufe 5 und dann wieder runtergearbeitet. Oh, da bin ich schon ganz schön versackt in dem Spiel. Hab's gemoddet ohne Ende. Alle möglichen Mots eingebaut. Ich sag, ein GTA... In White City fuhr nachher wirklich alles so fast rum, was in den 80ern aktuell war so ein Filmchen. Ich sag, ich hab Kit gehabt. Airwolf hab ich gehabt. Alles Mögliche. Ich bin sogar mit dem Shuttle von Enterprise rumgefahren. rumgefahren. Ah! Ist schon installiert. Ich will doch gucken, ob der wirklich auf Stufe 3 komplett aufgebaut ist. Alles klar. Der ist auf dem neuesten Stand. Dann werden wir jetzt ein bisschen mit Bobby mal durch die Gegend heizen. Ich überlege mir noch, ob ich vielleicht doch oben den Spoiler und den Double Twister umbaue, was wir jetzt machen werden. So, wir werden jetzt nach Kohlhaber fahren. Ach, ihr habt den Timer nicht gestartet. Und dann versuchen wir... Und dann versuchen wir... Aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir in der nächsten Bonus-Folge. Dann versuchen wir ein Outrun-Rennen. Von hier unten, von Kohlhaber... ...bis oben in die Heiz und zurück. Oder zumindest nur von hier unten bis in die Heiz. So, dazu fahren wir jetzt erstmal ins Kieswerk. Einmal flippern, bitte. Ich würde euch nochmal die Wagen von allen Seiten präsentieren. Anders geht das ja in dem Spiel nicht. Ja. Und deswegen mach mal Bobby flippern. So, das ist aber der Schnelldurchgang hier. Und dann werden wir uns nachher wirklich einen Standardwagen nehmen. Tun mir einen Gefallen. Fahr hier unten lang. Ne, treib ich noch ein bisschen vor mir her. Ich tank noch ein bisschen Windschatten. Ich will noch nicht. Gucken, wo will der langfahren? Vielleicht fährt er da lang, wo ich hin möchte. Hier unten an die Türme. Alles klar. So, wir... Ich sag mal, wir sehen uns gleich im nächsten Tag wieder. Bis dann, euer Video. Auf Wiedersehen.